Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Atlas Fallen. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesem seltsamen Jäger. Ich dachte, ich kann gegen das Phantom kämpfen, aber ne. Der wird da oben irgendwo sein, dieser Jäger. Und ich denke mal, wir müssen einfach nur mit ihm reden. Und ihm vielleicht einen Gefallen machen, damit er redet. Und dann ist die Geschichte auch schon durch. Aha. Nee. Aber ich sehe ein Artefakt. Hier unten habe ich auch noch was gesehen. Aber der Amboss? Fehlanzeige. Oh. Wo ist denn das Ding? Sicher hier. Nee. War das der seltsame Jäger? Wo ist denn der scheiß Amboss? Hä? Oh, guck mal. Noch ne Truhe. Mach auf das Ding. Hä? Was ist denn der Amboss versteckt? Verdammt gute Frage, hä? Da ist noch mal so eine Notiz. Oh, fuck. Da ist ein Phantom. Wo ist es also gekommen? Nee, da sind mehrere. Ich schleppte mich ganz allein diesen Hügel hinauf, um ein verdammtes Kraut zu finden. Aber Barry braucht es. Ohne dieses Kraut... Ach, komm. ...ist die so gut wie fort. Die Kinder brauchen sie noch. Ich brauche sie noch. So weit, so gut. Die Arme... So, haben wir... Brauch jetzt. Okay. Ich komme dem Wachtturm immer näher. Aber ich werde diese verdammte Pflanze besorgen. Nur wenn es das Letzte ist, was ich tue. Umgib dich mit einer Aura, die zehn Sekunden lang Projektile absorbiert. Brauche ich nicht. Ähm... Der Gauntlet hört das Echo eines Ambosses. Ja, schön für den Gauntlet. Ich höre das aber nicht. Ich sehe hier keinen Amboss, gar nichts. Keine Ahnung, wo der das... ...sieht. Absolut keine Ahnung. Kann doch nicht so schwierig sein, diesen scheiß Amboss zu sehen. Einfach doch. Tja. So einen Aussichtspunkt habe ich gerade gesehen. Vielleicht hilft dir der ein bisschen. Der zeigt ja nicht... Ah, doch, doch. Ne, das ist nicht der... Das ist das Jägerlager, nicht der Amboss. Dass er das nicht anzeigt. Frechheit. Sagt das wirklich nicht an. Hm. Tja, dann. Gehen wir halt so zum Jäger. Scheiß drauf. Dann finde ich den Amboss halt nicht. Gibt Schlimmeres. Erstmal zum Jäger. Ich muss den Wachtturm oben auf der Klippe erreichen, aber der Weg wurde durch eine Explosion zerstört. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe ein Stück des Gauntlets. Warte, was? Wie kannst du... Wer bist du? Ich bin ein Freund, der will, dass Telos verschwindet und meine Meisterin in Sicherheit ist. Welche Meisterin? Ich werde mehr brauchen als das. Ich spüre nichts Verdächtiges. Das Stück ist echt. Mach dir keine Sorgen. Du wirst meine Meisterin noch früh genug kennenlernen. Das ist es. Dieses Stück ist der letzte Teil der Aufdeckungskraft. Mit ihm kannst du Strukturen aus der alten Vergangenheit ausgraben. und enthüllen. Und mit diesen können wir den Wachtturm sicher erreichen. Können wir das? Wir brauchen nur mehr Splitter, damit es klappt. Das heißt, wir können jetzt wieder... Drei Splitter suchen. Also einer war gemäß Aussichtspunkte hier hinten, oder? Oder nicht? Hä? Hier war doch was, oder nicht? Hier irgendwo. Oder nicht? Nö. Da ist gar nichts. Ähm... Da hinten ist direkt einer. Lol. Da gehen wir nochmal zurück. Mal schon zurückgehen. Ah, direkt da unten seiner. Oh. Wo denn? Ja, erstmal hier... Ne, das ist nichts. Jetzt müssen wir den Boden ein bisschen suchen. Okay. Ja, und was brauchen wir denn? Das ist nicht das, was wir brauchen. Alter. Ja, was brauchst du denn? Hier, wo es so schön am Rauchen ist, oder was? Ne, hier kann ich nichts ausgraben. Hier ist noch was. Das sieht doch gut aus. Gut. Damit können wir stärker werden. Okay, dann ist der nächste Splitter da vorne. Am Jägerlager. Komm, wir erledigen noch den Marodeur da vorne. Diesen Essenzstaub und so. Ja, natürlich. Hat der auch noch kleine Freunde dabei. Guck mal, so kann der mich nicht treffen. Jetzt aufgeliebt. Hoppala. Raum, hau doch auf da. Nimm das mal noch mit. Nee, nicht anlegen. Aber danke für die Nachfrage. Fuck. Aber ich bin mich am heilen, das ist gut. Perfekt, jetzt kommen wieder so die kleinen, nervigen Dinger. Weißt du was? Was schmettere ich ihn? Ja. Das nenne ich mal einen Finisher. Sehr gut. Zidrit. Schon wieder neues Material. Okay. Ja, bevor du da neue Kombinationen ausprobieren kannst. Das war die Kollegen erstmal erledigen. Danke. Okay. Na, komm. Noch gut abgewählt. Ja, dann zerschmettern wir ihn halt. Komm. Ja. Noch schnell heilen. Ein Essence-Scan. Da hinten ist der Splitter. Ist wenigstens nicht so weit weg. Äh, war der da oben, oder? Ja, genau. Auf dem Turm oben. Ja, ey. Warum hörst du auf zu gleiten? Hier ist ja auch noch ein bisschen Sand. So, wir müssen auf den anderen Turm gehen. Und von hier aus können wir... ...auf die andere Seite gehen, I guess. ...spüre die Welt um dich herum. Ähm. Oder auch nicht. Sehr gut. Was ist denn das am besten? Oh. Ich muss ja irgendwie da nach oben kommen. Was ist jetzt los? Loll. Okay. Entkomme dem Wächter... ...dem Wächter oder besiege alle Phantome. Oder nehme ich die Variante mit besiege alle Phantome. Kein Problem. So. Ja, die sollen ruhig explodieren, die Dinger. Kein Problem. Gehen da noch schnell erledigen, bitte. Oh, warte mal. Noch schnell heilen. Ah, fuck. Das kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Geht nicht in Fights drin. So, jetzt aber. Komm. Das Zerschmettern mache ich jetzt mal noch nicht. Alter. Da kommt doch sicher auch noch ein weiterer Gegner. Sehr gut. Warum nur noch ein bisschen? Ja. Hol da wieder seine kleinen Freunde. Weißt du was? Nein, ich kann ihn jetzt nicht zerschmettern. Aber jetzt kann ich. Und dann ist er erledigt. Ja. Aber es war klar, das war es noch nicht. Naja. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, das ist... Ja, ja, ja. Ich weiß, was es ist. Okay. Ja, ja. Erst mal die kleinen Darleidigen. Komm. Sehr schön. Jetzt die Dinger hier. Oh, fuck. Oh, noch ein bisschen. So, ist gut. Wurde ich getroffen? Glaubt schon, ne? Oh, fuck. Okay. Nicht getroffen worden. Da kommt schon die nächste Welle. Oh, Glück gehabt. Okay. Okay. Easy. Und dann den da noch erledigen. Das war es immer noch nicht. Okay. Ah, ja, klar. Ah, ja, klar. Okay. Die Frage ist, hat mir das jetzt was gebracht? Ne, überhaupt nichts. Okay, geh mal weg da. Was ist das denn? Okay. Mach mal so ein bisschen damage. Danke. Verschmettern. Ja, aber ist ja nicht erledigt. Lange nicht. Schießt du da, wo ich dein Zeug ist? Kein Problem. Ne, ich hab nicht getroffen, ne? Ne. Ach, jetzt kommen die Kleinen wieder. Perfekt. Okay. Ja, das ist unangenehm. Weißt du was? Ne, 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 ne. Nicht auf die da. Auf den großen. Ja. Oder auch nicht. Perfekt. Hab genau das Ziel ausgewählt, welches am weitesten weg ist. Okay. Dann hier noch drauf. Komm. Und jetzt da vorne. Und zerschmettern. Das müsst ihr ihn erledigen, oder? Ja. Das war's immer noch nicht. Ich glaub's ja nicht, ey. Ja, ja. Wie viele Gegner kommt denn hier noch? Ist ja nicht mehr normal hier. Aber ich hab gar kein Momentum, weil ich die Dinger hier nicht treffen kann. Alter. Ist es mit ihm da? Kann ich einfach auf den da gehen? Das würde auch gehen. Aber es ist die beste Idee, ne? Da ist irgendwie Flächendarbage auf ihn drauf. Ja, jetzt werden wir ein bisschen Damage machen. Alter, sind die Gegner mühsam, ey. Und dann immer dieser Flächendamage. Ich mach null Damage. Na, komm. Na gut. Habt sich getroffen. Und dann hab ich wieder Momentum Schale gekriegt. Perfekt. Ich werd das irgendwie nicht überleben, hab ich das Gefühl. Ruhe, der plötzlich Damage aus der Luft zu machen. Was ist denn das, ey? Sag mal. Das gibt's doch nicht. Ja, ist ja schön und gut, wenn ich mich immer wieder mal heilen kann, aber... Guck mal, jetzt kann ich ihn erledigen. Ja, Halleluja, ey. Und den Zweiten auch gleich. Sehr gut. Wie sieht's mit ihm hier aus? Ist auch weg. Ja, jetzt geht's doch langsam. Jetzt reden wir. Na, komm. Komm. Bisschen heilen. Wohin geht er? Wird das Ding denn raus? Hallo? Ja, ja, ja. Wo ist er hin? Ich... Ich seh den Gegner nicht mehr. Mein Momentum ist weg. Da oben... Ah, da oben. Okay. Was ist jetzt los? Ja, aber jetzt kommt durch die Kleinen wieder. Natürlich. Ja, aber auf seinen Scheißkopf hier. Na, komm. Einfach kein Momentum-Schaden kassieren, okay? Okay, ist... Ist in Ordnung. Aber irgendwie auch nicht. Okay. Ja, fuck. Ja. Dann gehen wir alles hier wieder. Kein Problem. Zerschmettern. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Nee. Warum auch? Okay, aber den kann ich erledigen, oder? Noch schnell heilen. Danke. Boom. Okay. Nummer eins ist erledigt. Das ist gut. Sollen sie mich ruhig anstürmen? Junge, diese Momentum-Schaden die ganze Zeit. Aber wir haben's bald, oder? Kommt er raus? Hier vorne. Ei, 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 ei. Mal ein bisschen betäuben, den Kollegen. Ich generiere irgendwie kein richtiges Momentum mehr. Sonst könnte ich ihn zerschmettern. Jetzt. Immer noch nicht erledigt. Jetzt sind noch ein, zwei Schläge. So. Oh. Das war mal ein ordentlicher Kampf. Ah. Die Frage ist jetzt immer noch, wie komm ich da hoch? Ich weiß es nicht. Wir finden es im nächsten Part raus. Na, Isaac, danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss. Wir machen es mal.